so willkommen zurück mitten über den wolken das letzte mal haben wir ein fragment gefunden was wir hier vielleicht gleich vereinen können hier schaut es noch nicht so aus aber da ist noch nur bestimmt werden wir erstmal in den da nicht dass wir was verpassen da können wir ach so da können wir nicht hin okay gut dann gehen wir mal dahin so jawoll und ist können wir da hoch können wir gut so ist hier den anfang mann dass da ist irgendwas die truhe oder wir wollen ein paar muscheln dann müsste ich das hier wahrscheinlich wird sagen oder auch wir auch muscheln so dann ist hier gar kein fragment doch hier wollen haben wir doch eins haben wir schon zwei da fällt mir ein zurück ich bin mir gar nicht sicher war da oben noch was zum vereinen da hatten wir da hatten wir nur ein fragment gefunden aber vor aber zum vereinen hatten wir nichts oder ja hier hatten wir nur eins gefunden gut stimmt schon alles so okay dann nehmen wir gleich wieder den da und ja ich habe uns locker hier hier können wir wahrscheinlich gleich vereinen sie was die viecher da können wir ja da die genau okay ich war mir nicht mehr sicher entweder mit dem bogen oder dazu können wir sie gut machen aber man kann auch einfach wenn sie da sind wenn die pikassistiefel durchlaufen so voll verarscht gut jawohl passt so ach da ist ein bürbel stamm drauf ok bei den goldenen ist immer was anderes so dann haben wir schon zwei von fünf ich denke ja dann müssen wir auch noch packen in den so durch da gut und bin nach oben so ok wofür denn der wirbel schon diesmal hin ok ja gut schaffen wir noch derzeit sonst nicht gewissen ja ok wir können hier noch da gibt es hier vielleicht gleich wieder der nächste fragment oder muscheln na gut dass ich meine an dass ich die anderen muscheln mal weg gebracht habe hier ist nix oder ich halte komischer verdächtig aus zu viel schnee oder was auch immer gut muss ich euch wieder kaputt machen er hat nämlich ziemlich nehmen was ich nicht okay oder oben ist so einer gut hier aus ach ich sollte besser warten bist du aufwärts zu schießen so und jetzt schnell durch er wolle da können wir fallen sehr schön gut wir haben sogar das passende noch sehr schön ist das dritte jetzt inzwischen ok gut jetzt haben wir zwei wege wo schauen wir denn als nächstes hin wir hier ist ein fragment sehr schön und es geht gar nicht weiter ok gut dann wieder zurück so kommt kommen wir noch durch nein kommen wir natürlich nicht gut aber versteckt sich wir sind weit genug weg sagt schnell wieder durch aber natürlich kriege ich noch eine mit so gut ja hier geht es gleich wieder nach unten ok so oder nach euch muss ich wahrscheinlich wieder kaputt machen oder ja die nervigen komischen haie ja jetzt habe ich noch nicht mal erwischt genau kommt doch ja perfekt die andere hat sich ja selbst umgebracht und ein weiteres fragment haben wir schon wieder zwei alle die uns noch fehlen sind das jetzt oder jawohl wo war denn das erste der erste ort war ganz am anfang zum verein und schon wieder muscheln und jetzt wurde war glaube ich auch am anfang oder ansonsten hierher ich hoffe mal das war der richtige weg so da ist wieder eine truhe oder doch keine truhe eine fiese falle ok der fisch hat selbst aufgeteilt ja ok ich glaube wir laufen jetzt wieder im kreis hier aber doch ja genau da oben kommen wir dann wieder zum start sehr schön dann hätten wir es in einem durchlauf geschafft ok sehr gut das letzte mal das spiel gespielt hatte habe ich zwei runden gebraucht denn das ist quasi ein rundweg gut dass wir an dass wir es in einem einmal gleich geschafft haben so ok dann müssten wir jetzt eigentlich wieder nach oben raus kommen glaube ich so rein da jawohl ach nein da ist der dass der schnee im weg ok wie kommen wir denn dann weiter hier geht es auf jeden fall nach links ach das war vorhin da konnten wir hier nicht entlang dann müssen wir jetzt nach oben dann müssen wir wieder hinkommen auch schnell so gut einfach wieder nach rechts glaube ich war das ich hoffe mal so jawohl das schaut doch aus ist was der richtige weg oder nein das war ein auto man fragmente auch abwischen bisschen runter und gleich wieder in dem ding gelandet ok naja passt ja bisschen falsch gewesen dann war das hier so ja das war der richtige weg da links sehen wir schon jawohl schön gut ok mal schauen was das jetzt bringt wenn wir alle fünf vende vereint haben die habe gesagt sie kamen nicht mehr nach hause ja die können da können wir einfach gleich mit gehen denke ich mal so achte wird es wahrscheinlich wieder ein roter roter wünschen wahrscheinlich war es war okay gleich ein riesen sturm gut auch recht kann man zu zweit benutzen ich sage mich mal danke oder sowas die hauen einfach ab naja ok gut ich gehe mal nach so wir sind jetzt hier oben aktiviert erstmal das wind mal schön wir wollen wir können teleportieren ich wechse mal zur lampe ich mag die lampe irgendwie so hier ist ein riesen haus okay wir können wir hatten hier oben dieses gebäude errichtet link vielleicht kann uns hier jemand etwas über das element sagen ja das hoffe ich auch mal aber ich schaue erst mal hinten was ist nee ok ist nicht gut dann gehen wir gleich mal da rein und jetzt merken wir das ist das haus wo wir vorhin schon drin waren da ist der teleporter wird sagen die was anderes du bist es ich dachte schon dass wir nie nach hause zurückkehren würden er konnten aber du hast uns gerettet in den fragmente vereint hast wenn du etwas suchst fragt doch mal die älteste im fünften stock sie kennt alle gerüchte die der wind über das land trägt gut das werden wir noch mal machen oder ah du bist doch link dass da du vor allem mithilfe des glückssiegels zu uns kam weißt du wahrscheinlich nicht dass dies die zuflucht unseres volkes ist wir wachen über den palast des windes dort ruft das windelement ach so dass mit dem element fragmente vereint und zu uns das ist über das hier mit dem teleporten wir schaffen haben denn wenn man jetzt hat erst denn zu dem jetzigen zeitpunkt wäre der opa gar nicht mehr da gewesen und er wäre tot gewesen und jetzt ist er hier und ja rubbelt sich den kopf oder was auch immer ups tschuldigung bei mir ist gerade so gefallen so hallo ah du bist link danke für deine hilfe ach ja ist ein alter mann ich habe ich habe wieder etwas gutes gefunden und für dich verbaut bitte jawohl und wir halten den lichtbogen pfeile mit der kraft des heiligen lichts und das ist mal geil anders wäre wie gesagt tot gewesen das heißt wir hatten nur die eine chance und jetzt können wir ich höre zwar nicht ganz anders aus aber der bogen ist viel ist größer wir können jetzt nämlich aufladen und dann machen wir viel mehr der match wer hätte das gedacht wenn er hätte das gedacht das ist doch link vielen dank nochmals wegen neulich unserem opa geht es blendend ja okay die erinnern sich anscheinend doch noch an uns das ist gut zu wissen dass man hier nicht alles ansonsten macht so ja ja ihr habt großes talent darin tut meine zu finden das haben wir eigentlich schon mal gelesen und deswegen plündern wir jetzt mal ihre fragmente so sehr schön naja sorry dass ich vorhin mal ein bisschen weniger ich sagte ich habe keinen hund im zimmer ich habe vergessen raus zu sperren zu beginn des parts und der wollte die ganze letzte tür rein und ich habe versucht ihn möglichst ohne möglichst so dazu zu bringen auch hier ist auch eins er habe versucht ihn dazu zu bringen dass er nicht mal dass er mal aufhört raus zu wollen ohne dass jedes großen markt aber ich glaube man hat schon gemerkt nehmen großen wirbelwind hier auf dem dach um zum palast zu gelangen ja dann lass uns doch vorbei aber hier erstmal noch mehr glücksfragmente oh ja sehr schön und das muss wohl die älteste sein sei gegrüßt wir sind das volk des windes vor langer zeit stiegen wir auf zum himmel und nahmen den palast des windes mit uns zurück blieb das was ihr die ruine des windes nennt wir sehen was unten geschieht denn der wind erzählt uns was er sieht ein kleines kind sucht die elemente um die prinzessin zu retten auch das war die böses tut hat uns der wind zugetragen das windelement befindet sich im palast des windes über uns ist das heilige schwert vollkommen öffnet sich wartys weg zum ford so heißt es in den legenden die das volk des windes kennt gib acht wenn du alle vier elemente auf das schwert übertragen hast und so das heilige schwert entstanden ist es ist möglich dass auch war die davon weiß und auf den entscheidenden moment wartet menschen dürfen unseren palast eigentlich nicht betreten doch bei dir machen wir eine ausnahme gegen den auferstag so und mit dir können wir auch fragmente fallen oder fällt mir eine meiner ablenkung gerade durch den hund habe ich ganz vergessen bei den anderen leuten zu schauen ob wir fragmente fallen können am friedhof ja wahrscheinlich ein paar muscheln oder so drin sein naja muscheln können wir später gut gebrauchen so du bist nicht vor allem ok gut dann beinahe hatten wir eigentlich schon geschaut bei dir nicht brauchen nicht okay ja auch nicht mit dem opa könnten wir jetzt vielleicht fragmente fallen das habe ich ganz verpennt so gut hallo du ich weiß ich finde es einfach lustig aber irgendwie blöd dass man nur die eine chance hat weil naja ansonsten ist er tot er ist auf jeden fall nicht mehr da und man hat nie mitbekommen dass er jemals hier lag und ich sage auch nichts gehst du zum palast wenn ich groß bin traue ich mich vielleicht den palast zu erforschen jetzt lässt er uns vorbei aber wir haben nicht mal gesagt dass wir bei der ältesten waren und vorhin wollte nicht egal spannende musik und die schönen vögel wieder und hier ist also der wirbelsturm zum palast gehen gut dann würde ich sagen gehen wir es an jawoll der eine der letzten paläste jetzt mal schauen was uns erwartet so etwas werde gedacht dass hier oben ein großer palast ist diese höhe erzählt er mir die knie wenn ich welche hätte link gebacht wo du hin trittst hier fällt man ziemlich tief oh ja das sollte man nicht aufpassen und da kann man wirklich oft fallen in diesem tempel so okay hier gehen wir mal so rüber und acht gegen diese gegner dann nehmen wir mal und sind boomerang so zack jawoll tschüss nicht erwischt natürlich so okay haben wir gleich mal den schalter aktiviert so nein okay scheiße naja ups so gut zack schalter aktivieren und dann gleich noch mal den schalter aktivieren eigentlich müsste man ja so und dann mit dem normalen boomerang aber wir haben mit den verbesserten da können wir eh schon die ganzen coolen moves so zack so haha beide gleichzeitig runtergeschmissen da hat man auch deutlich gesehen dass beide nach dem nach derselben k.i. nach dem selben muster angreifen und arbeiten weil beide skelette sind haben gleich reagiert und zu den gleichen punkten gesprungen ja okay was müssen wir jetzt hier machen ich denke mal einfach ausweichen ouch okay die dinge explodieren will ich wie ich hier gerade feststellen mussten gut ich mach mal vorher mal kaputt so und geh nach links okay na du ja die skelette brechen natürlich wieder nicht ein gut stichter wir vorher erst mal hier wir arbeiten schnell rüber jawoll ach na klar auch noch feuer aber wir haben ja wir haben den tipp bekommen die sollen die bomben mit dem boomerang der ansonsten die bob ons ansonsten auert rennen die so und das macht auch gut hier sind das sind ganz weiche wolken es macht bestimmt spaß man oben ist ja da können wir dann wahrscheinlich von oben runter springen ist und okay da unten so jawoll gut schnell rüber und jetzt ist zu aktivieren genau hier ist nix okay wir müssen wahrscheinlich mit bomben jetzt den schalter aktivieren wir haben jetzt zum glück uns eine schöne zeit zu unterbomben schön 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 zwischen was oder ja das war klar okay nur zwei von euch ihr seid doch easy peasy ouch ja wenn man natürlich nicht da rein rein so es geht noch weiter jeder kommen noch mehr von euch gut dann wird es doch nicht so einfach und ach und ich lasse mich hier erwischen ich stelle mich gerade ziemlich blöd an aber na es geht so gut jetzt aber okay es gibt noch mehr wort der park okay wir sind die wir hätten sie gleich so ouch aber ich lasse mich auch gerade ziemlich oft zwischen so jawoll damit hätten wir es aber der part ist auch schon wieder zu ende ich hoffe es hat euch gefallen was in der truhe ist schauen wir uns im nächsten part an deshalb ja wir sehen uns in meinen nächsten videos bis bald ciao